Entspanne in der Stellung des Kindes, Balasana, und lasse deinen Atem frei fließen. Komme in den Vierfüßlerstand. Handgelenke parallel zu den Schultern. Knie parallel zu den Hüftgelenken. Einatmen, richte dein Becken auf und hebe deinen Kopf. Ausatmen, ziehe deinen Bauchnabel nach innen und wölbe deinen Oberkörper. Einatmen, strecke deine Wirbelsäule in die Rückbeuge. Ausatmen, mache deinen Rücken ganz rund, Kinn zur Brust. Führe die Übung in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Die Katze. Madjariyasana. Schließe die Augen und versuche mit der Bewegung in jeden einzelnen Wirbel zu spüren. Lasse die Bewegung wellenförmig vom Becken zum Kopf und vom Kopf zum Becken fließen. Madjariyasana entspannt die gesamte Rückenmuskulatur und löst Verspannung im Rücken und in den Leisten. Sie wirkt sehr ausgleichend und beruhigt den Geist. Auch harmonisiert und vertieft sie die Atmung. Ein, richte dein Becken auf, dein Rücken ist gerade. Ausführe deinen rechten Handrücken unter deinem linken Arm seitlich nach hinten. Ein, zurück nach oben. Ausführe deinen linken Handrücken unter deinem rechten Arm seitlich nach hinten. Ein, zurück zur Mitte. Aus, rechten Arm zur linken Seite. Ein, zur Mitte. Aus, linken Arm zur rechten Seite. Führe die Übung dynamisch mit deinem Atem weiter. Spüre in die Drehung deiner Wirbelsäule und die Öffnung deiner Seiten. Die gedrehte Katze, Variation von Madjariyasana. Diese Variation dehnt die Seitenmuskulatur, stärkt die Arm-, Schulter- und Brustmuskulatur und entspannt den unteren und mittleren Rücken. Halte bei der nächsten Ausatmung nach links die Stellung und atme tief in deine linke Seite ein und wieder aus. Spüre in die Drehung. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, nach rechts und halten. Genieße die Dehnung und atme tief. Einatmen, zurück zur Mitte. Strecke mit der nächsten Einatmung deinen rechten Arm und dein linkes Bein nach oben. Ausbringe deinen rechten Ellbogen zum Knie. Einstrecken. Aus, mache dein Rücken ganz rund. Führe die Übung dynamisch mit deinem Atem weiter. Versuche bewusst bei jeder Bewegung in deine Wirbel zu spüren. Wechsle die Seite. Strecke mit der nächsten Einatmung deinen linken Arm und dein rechtes Bein nach oben. Ausbringe deinen linken Ellbogen zum rechten Knie. Einstrecken. Ausziehe deinen Körper zusammen. Atme tief, langsam und bewusst. Komme wieder in den Vierfüßlerstand und lasse dich mit der nächsten Ausatmung auf deine Fersen in die Stellung des Kindes gleiten. Lege die Hände zu deinen Füßen. Schließe deine Augen. Genieße die Spannung und spüre in deine Wirbelsäule.